um morgen und damit herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren folge und bei Halo Pancam Ausflüge und wir starten heute in das erste Level von Halo Reach hier rein beziehungsweise wir starten heute Halo Reach mit dem ersten Level im Gegensatz zu Halo 3 wo ich von hinten angefangen habe und ich weiß nicht ob euch das erste Level hier noch bekannt ist Notfallplan Winter heißt es ich gucke mich hier einfach erstmal ein bisschen um ich muss sagen ich finde die Pancam von Halo Reach ganz angenehm also zumindest hier zur Produktion ansonsten finde ich die von 3 best aber das können wir gleich noch beschnacken so einfach nur um euch mal die Karte hier zu zeigen wir haben natürlich jetzt wieder einfach den größten der drei Abschnitte geladen da vorne wäre der erste Abschnitt hier des Levels da wo wir angeflogen kommen durch das Haus laufen die Bauern kennenlernen und dann im ersten Teil hier mit den ersten Gegnern Kontakt aufnehmen dann haben wir den letzten Abschnitt auch noch wo wir dort hinten zu dieser Basis hingeflogen werden allerdings ist das halt wie gesagt jetzt nicht geladen da ich das einfach nicht so spannend gefunden habe und mir den mittleren hier rausgenommen habe und ich wollte hier schon immer mal diese Kreuzung entlang fahren äh Kreuzung diese Straße entlang gehen normalerweise wird man ja hier entlang geflogen zu dieser Basis aber ich wollte hier schon immer mal zu Fuß entlang würde dann machen wir das einfach mal kurz das ist auch einfach so eine schöne Sache hier mit der Pancam man kann halt überall dahin wo man sonst nicht hin kann auch innerhalb des Levels wir müssen uns ja nicht immer komplett außerhalb des normalen Levels hier aufhalten aber auch hier kommen wir normalerweise nicht so nah ran an diese Bäume hier wunderschöne Bäume sind das oder an dieser Straße denn äh normalerweise würden wir hier rechts mit dem äh Hornet ne Hornet waren die Dinger aus Halo 3 mit dem Falcon vorbeifliegen und dementsprechend ja haben wir ja nicht die Gelegenheit außerdem kann ich euch gerade mal hier gut jetzt sind wir doch ein bisschen zu schnell aber ich wollte euch ungefähr mal so ein bisschen auch einen Maßstab in unserer Geschwindigkeit hier geben denn hier in Halo Reach sind wir jetzt äh von unserer Geschwindigkeit mit der Pancam auf 100.000 Einheiten ähm beschränkt im Gegensatz zu Halo 3 wo wir wirklich uns unendlich schnell gehen konnten und teilweise auch wesentlich schneller werden mussten um überhaupt die Levelbarrieren zu durchbrechen aber unsere normale Bewegungsgeschwindigkeit liegt glaube ich bei 2,5 maximal hier in Reach also bei Halo 3 war es bei 1,5 und ähm ja soviel auf jeden Fall erstmal zu der Straße und einfach nochmal um euch hier wieder mal die Maßstäbe zu zeigen das hier ist das gesamte Kampagnenareal was man normalerweise spielt und hier seht ihr gleich schon das Drumherum ist natürlich wesentlich riesiger Allerdings spart Bungie hier in der Skybox in Reach und allen Ecken und Enden alles was nicht wirklich gebraucht wird und nötig ist wohl auch nicht gemacht deswegen sieht das in Reach hier ein bisschen komisch aus wenn man so ein bisschen weiter rausfliegt im Gegensatz zu Halo 3 wo halt wirklich alles überall in alle Richtungen ausmodelliert war egal ob man es von der Karte aus sehen konnte oder nicht nur hier haben wir zum Beispiel halt diesen Fall dass wir hinter der Karte ein riesige Felswand haben und wir die WE nicht hinüber gucken können und dementsprechend muss man dahinter auch nicht viel groß modellieren aber hier haben wir auf dieser Seite immer noch ein großes weites offenes Becken und wir gucken uns das einfach mal ein bisschen näher an nur mal wieder zum Vergleich wo unsere Karte ist einfach dass ihr euch so ein bisschen orientieren könnt und auch wieder an den Maßstäben denn das ist eigentlich ja echtes Atemraum wir sind jetzt auch wieder bei voller Geschwindigkeit hier mit 100.000 wie wir ganz rechts an den Koordinaten sehen und ähm ja ich meine so schnell kommt es einem hier nicht vor aber es kommt einfach trotzdem weil die Maßstäbe so groß sind und äh ich muss sagen also ich fand es ein bisschen schöner in Halo 3 aber nichtsdestotrotz Reacher wird es auch noch einige wunderbare Level geben jetzt das erste hier ist ein bisschen langweilig von der PanCam anzusehen ja was heißt langweilig aber äh das werden wir dauerhaft haben das halt wie gesagt nicht immer alles ausmodelliert ist und wir auch manchmal so einiges an Grafikfehlern haben wie wir da hinten schon an dem blauen Himmel erkennen können und was ist das denn hier vorne äh wo eine kleine 2D-Wolkendecke und ach so das ist ein Stein jetzt sieht man es hier von der Karte aus gesehen kann man es natürlich auch ordentlich sehen aber auf der anderen Seite sind auch hier die Steine nur hohl und nicht komplett ausmodelliert das ist halt natürlich wie gesagt einfach unnötig weil man eh normalerweise in dem Fall nicht da hinguckt und äh dementsprechend muss das auch eigentlich nicht sein und das ist natürlich auch einfach Ressourcen die halt natürlich von der Konsole letztendlich berechnet werden müssen und dementsprechend kann man die hier einsparen und auch irgendwo anders wieder verwenden und was ich hier ganz schön finde und was ich euch auch mal zeigen wollte ist dieser komische Runde Ball zu dem wir auch nicht großartig näher ranfliegen können hier das ist einfach das Prinzip des 4 Mappings dass halt die ganze Skybox die wir draußen sehen die ganzen Texturen alle auf dieser Kalbkugel da unten gespeichert werden und dann hier ins Unendliche rein projiziert werden und was natürlich auch noch hier für einige weitere Grafikfehler sorgt die echt lustig anzusehen sind teilweise ähm ja es hat halt einfach damit zu tun dass dort hinten an der Stelle jetzt gar keine richtigen Texturen mehr vorhanden sind und da Spielungs ja einfach irgendwas reinwirft in dem Fall einfach lila blauen Hintergrund mit ein bisschen geflackere und auch hier sehen wir irgendwo ist halt das ganze Becken zu Ende ich hätte gar nicht gedacht dass wir so weit zur Seite fliegen können weil wir hier in Reach nicht mehr alle Barrieren durchbrechen können aber doch noch ziemlich viel um zumindest uns hier schöne Ausflüge zu machen weil ich meine was sollen wir da hinten links im blauen nichts rumfliegen und nur so mal wieder zum Vergleich wie klein und wie weit entfernt die Karte eigentlich von uns gerade ist und wenn wir jetzt hier nochmal das wenige Skybox uns an oder die wenige Skybox die wir haben uns angucken sehen wir auch hier einen ganz klaren Schnitt einmal zu dem sonstig blauen Himmel wie gesagt was man nicht so wirklich sieht das braucht man natürlich auch einfach nicht und wir sehen auch hier die Bilder sind nicht so hoch auflösen die wir hinten an der Wand sehen und auch dieser Planet ist eigentlich wieder das gleiche Prinzip wie bei Halo 3 dass es nur ein zweidimensionales Bild ist was ihr im dreidimensionalen Raum seht das können wir allerdings diesmal leider nicht ganz so gut zeigen da wir hier nicht ganz die Möglichkeit haben so weit an das Level oder an die Levelbarrieren ranzufliegen in Halo 3 könnten wir wirklich außerhalb dieser Halbkugel rausfliegen was immer, ja was ich immer ganz gut halt an Reach oder an der Reach der Pancam empfehlen kann halt einfach damit man ja nicht so schnell hier komplett in nichts landet und man sich hier erstmal ein bisschen einarbeiten und ein bisschen umgehen kann mit der Pancam bevor man sich dann in diese riesigen Weiden von Halo 3 macht wo man sich dann auch schnell mal verirrt so und dann haben wir zu guter Letzt hier noch glaube ich diesen kleinen ich weiß gar nicht was das sein soll Planeten, Kometen, Staub, Schweif, was weiß ich und hier können wir auch ein bisschen weiter hey cool das gefällt mir dann kann ich euch nochmal zeigen wie das Ganze hier auch wirklich nur so zweidimensional ist und oh sieht die Karte gerade geil aus Leute das hat auch mal was ich würde davon jetzt gerne einen Screenshot machen aber wenn ich hier Ingame Screenshot mache dann werden diese komischen Flimmer-Effekte und alle durch irgendwelche x-beliebigen Farben ersetzen das sieht nicht mehr so cool aus wie jetzt gerade also kümmern wir uns lieber nochmal um diesen Kometenschweif hier der ja auch nur zweidimensional im Raum steht aber er sieht echt hübsch aus muss man ja schon sagen also auch wenn das Ganze ist es ist halt wie gesagt das was man nicht braucht ist nicht da aber das was da ist sieht mal wieder wunderbar aus ich meine Bungie hat einfach herrliche 2D und 3D Künstler und ja Leute wenn es euch gefallen hat liked das Video, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in Halo Reach PanCam